Ich kann jetzt mit dir reden, danke Wir fahren schon 4 Bahnlinien durch die Stadt, langsam wird das hier gefährlich Na, wir sagen mal hin Oh, das wäre nett Von der Kneipe fährt Zug Richtung Wüste Von dem Zug fährt einer nach Balbalo Und vom Timper Maniac nach Dealing City in Timper Das sind 4 Bahnlinien leider ein ganzes Stück laufen um umzusteigen Ja, das ist allerdings wahr Komm ich irgendwo weiter? Nein, also Jetzt gehen wir aber zu nem Pop Gut, jetzt habe ich so weit glaube ich Nein, da runter Nein Na Oh du 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 Ok, hier runter Und jetzt in den Pappen mal rein Da kann ich hier rechts auch noch weiter Nein, da kann ich nicht weiter Das Ding fährt ja im Moment nicht, ist hier noch irgendwas Ist der Droppunkt schon wieder aktiv? Ich bin aus Dolan. Ich bin bloß ein Tourist. Die Bahn fährt nicht. Das Hotel kann ich nicht, weil das Kaserne dient. Die Bahn fährt nicht. Das Hotel kann ich nicht, weil das Kaserne dient. Die Soldaten schikanieren mich. Ich verliere meine Karten. Alles scheiße. Äh, was einer gehört, nehmen sie dir mit Gewalt weg. Äh, das war doch bis jetzt immer so, vor allem in Galvanianer. Selbst diese Stadt, sie bekommt alles, was sie wollen. Ja, genau, genau. Die Brillen sind daran schuld, dass die Bahn nicht mehr fährt. Ah, ja. Warum müssen sie auch versuchen, den Präsidenten zu entführen? Jetzt laufen überall Soldaten herum, scheiß Rebellen. Wenn sie nichts schaffen, sollten sie gleich lassen. Diese Arschlöcher sind an allem schuld. Hey. Lass das. Du bist das Arschloch. Ja. Diese Leute versuchen den scheiß Präsidenten zu stoppen. Die Soldaten sind so scheiße, weil der Präsident scheiße ist. Die Bebellen können nichts dafür. Ja. Lächerlich. Gut, ähm... Ich hätte ihn nicht hinterher Gast zusammen. Das ist schlecht. Der ist etwas dicke. Wir müssen wegschleppen, weil es... ...finde an zu tun... ...machen. Ich werde ihm zeigen, was ich machen, und ich schieße ihn mit meiner Blade Cup. Und das ist etwas dicker. Ich habe noch was zu tun. Ähm... Hm. Ansprechen. Äh... Bist du bitte aus dem Weg? Also knapp. Äh... Versucht mich... Scheißen... Geh mir mal Wein. Geh mir mal Wein. Sprüren den Wein Wein. Äh... Wollt ihr denn ein Glas macht? Ähm... Hm. Hör mal das. Ich habe keine Ahnung. Selbst ich habe Geschmack. Verstehst du? Wichs. Aber wie es schmeckt... ...das haben... ...was ich jetzt gerade trinke... ...zugucken? Hm. Der schmeckt nicht. Er trinkt Wein aus der roten Flasche. Scheint ziemlich betrunken zu sein. Aus der roten Flasche kann ich irgendwo nachzunehmen. Hm. Wie sind wir gegessen? Na... Ja, ist gut. Ähm... Hm. 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 Ja. Schmeckt nicht. Ah. Schön. So betrunken zu sein. Was bist du? Denkt... ...dass die Bitter... ...schlecht schmecken. Da wir schmecken unsere Wein alle gut. Äh... Äh... Wein... Scheide... Es gibt... ...drei Sorten. Rot... ...grün... ...gelb... ...und zwei Geschmacksräume. Bitter und süß. Der will Bittere haben. Super. Hm. Wieso... Gehen wir mehr Wein? Na, wir spielen hier noch ein Wein. Okay, krieg ich jetzt hier irgendwie raus? Nein, das war jetzt falsch. Soll ich das jetzt... Hm... 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 In der Roten hat ziemlich betrunken. In der Rote Flasche? Ja... Äh... 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 Machen wir mal über die Karten erzählen. Äh... Ich denke... In der Karte... Hä? Hä? Woher hast du sie? Äh... Ich hab sie draußen gefunden. Wirklich? Naja... Ist auch egal. Wir danken mir... Was hier bist du... Du kannst die Karte behalten. Ich denke ich dir auch noch... So... Ich... Mach mir auf die... Tomberry Karte erhalten. Oh... Hey Barkeeper... Hilf mir mal. Ich komme allein nicht hoch. Okay... Hm? Jetzt haben wir eine Karte gekriegt. Gut... Okay... Super. Ich zieh den kurz mal ums Eite. Juhu... Wir können weiter. Juhu... Wir können weiter. Hmm... Wir können den Typ erst mal ansprechen, ne? Oh... Oh... Scheiße... So viel getrunken... Ich kotze da. Bitte nicht auf mich. Äh... Da sind die Kinder also... Dann ist Präsenten... Toll... Ich kann... Ich kann das eine nicht lesen, weil... äh... ich führte es... fangen wir zu spielen... Super, ich kann's nicht lesen... Mäh, ich kann mich auch nicht bewegen... Komm, das ist fertig... Joa, komm mal... Oh, warum hat das grad so gelegt? Ja... Komm, kurz mal... Speichern! Speichern! Da speichern! Und zwar... Da speichern! Speichern! Ja, ne, speichern! Und... Boah, kann doch weiterspielen... Gut, weiter geht's... Hmm... So, ja, hier durch die hintere Gasse sollen wir jetzt... Hier irgendwo... Oh, wieder 2000 Kilo halten! Wey! Hier hoch... Äh... Hey, derber Bildschirm... Was ist denn eigentlich... Äh... Was ist denn das hier eigentlich? Äh... Diese Stelle wird auf sämtlichen Frequenzen gesendet... Sie müssen erst beseitigt werden, bevor man hier... ... was senden kann... Mhm... Ja, das dachte ich auch... Man ist jetzt im Station... Das sind Millionen von Wachsoldaten... Ne, komm... Niemals rein... Ähm... Wo kommst du jetzt so schnell her? Was machen wir jetzt? Wir stürmen rein! Äh... Wir ändern den Plan... Wo sie denn weg... Es ziehe ich... Die Sarten... Beziehungsweise... Wo sie denn weg... Ist das nicht mehr so spektakulär... Aber es geht nicht anders, oder? Wir sollten da wirklich nicht hineinstehren! Äh... Mach dir keine Gedanken über uns! Wir fügen uns... Wir fügen uns... Deinem Befehl und kämpfen! Das ist unser Job! Bäh! Wenn du sagst, tun wir es auch! Auch wenn wir dabei keine Chance haben sollten! Das ist doch dämlich! Nur blind gehorchen ist euer Job! Dann habt ihr sicherlich ein sehr leichtes Leben! Hm... Nicht wirklich! Äh... Sag, was du willst! Wir sind das Werkzeug für euer Ziel! Und ich denke, dass ihr es nicht schafft! Was willst du? Bist du... Spricht dich aus! Äh... Hm... Wo ärgert ihr sich mehr drüber? Okay, mit Vergnügen! Äh... Wie ernst meint ihr das Ganze eigentlich? Pläne aussieht, als wäre alles ein Kinderspiel! Die Pläne ändern ihre... Moment... Und diese Pläne ändert ihr auch nach Lust und Laune! Ohne unsere Ratschläge seid ihr doch aufgeschmissen! Denkst du, das macht es Spaß, Amateuren wie euch zu gehorchen? Hey, das war zu hart! Ähm... Ähm... Kann ich mich glaube... Nein, kann ich nicht! Irgendwie... ... habe ich mich geirrt! Ich dachte, dass alles klappt, wenn die Seed herkommen! Aber das ist nicht so einfach! Seid Auftragnehmer und nicht unsere Kumpels! Die Mission wird abgebrochen! Wir ziehen uns erstmal zurück! Wir sollten da wirklich nicht hineinstimmen! Eine Frage habe ich noch! Sehen wir, wenn ich zuhause, als würden wir rumspielen! Aber es ist uns ernst! Ja, es ist ernst! Tierisch ernst! Äh... Äh... Huch! Gut... Ähm... Äh... Fängt jetzt die Sendung an? Ah, fieses Geräusch! Ja...